Ich wurde immer natürlich auch gefragt, was willst du irgendwann mal werden? Und ich weiß es heute immer noch nicht, was ich will. Ich mache immer diese persönliche Transformation durch. Alle fünf bis sechs Jahre will ich gerne was Neues erleben, was Neues lernen, auch für mich selber, um voranzukommen, um nicht stehen zu bleiben. Und diese Dynamik lebe ich einfach. Es war teilweise oft schwierig, immer so nicht sicher zu sein, was man eigentlich will. Man macht sich Vorwürfe, ich habe nicht diese Konsequenz, ich bin nicht gut genug mit irgendetwas oder ich bin, diese Sprunghafte, habe ich es immer so negativ verbunden, aber ich sehe das als Bereicherung. Ich möchte nicht einfach eben mein Leben lang den gleichen Job machen. Also ich möchte, ich will auch mein Leben lang nicht das machen, was ich heute mir wahnsinnig Spaß mache. Als Unternehmer zum Beispiel im Café oder Kaffee-Röster zu sein. Ich möchte gerne immer wieder neue Sachen lernen. Ich bin auch bereit, von oben wieder runter zu gehen. Hauptsache ich habe Spaß dabei. Natürlich in der Selbstfindungsphase, wenn man in dieser Übergangsphase ist, ja, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Und habe mich eigentlich wesentlich auf meine Stärken konzentriert. Was bist du eigentlich für ein Typ? Und das war ganz klar, ich kann auf jeden Fall, ich will Probleme lösen, ich will helfen, ich will Leute begeistern, ich will kreativ sein, ich will flexibel sein. Und ich war mir auch nicht zu schade hinzufallen, weil dadurch, dass ich immer mal wieder hingefallen war, hatte ich schon die Vorerfahrung. Natürlich, wenn man sich entscheidet, irgendwo einen neuen Berufsweg einzuschlagen, nicht einfach einen surrealen Wunsch umsetzen zu wollen. Man muss schon die Hausaufgaben machen, hey, das, was ich im Kopf habe, kann ich auch wirklich umsetzen. Bin ich in der Lage auch durchzuhalten? Wie groß ist mein Risiko? Recherchieren, wie kann ich die Idee umsetzen? Menschenfragen, die schon die Erfahrung gemacht hatten? Also die Schulausbildung, Hauptschule, Realschule, Pekapur nach oben hat mir natürlich die Basis gegeben, um auch meine Gedanken oder mein Können, mein Wissen auch umzusetzen. Also ohne diese Schulausbildung wäre ich nicht so weit gekommen. Also es ist schon wichtig. Das ist auch irgendwann mal auch egal, wie viel Geld man damit verdient, sondern die Kunst oder das Glückempfinden findet eigentlich da statt, sich aussuchen zu dürfen, was man nicht will.